Der Samstagjass kommt heute aus dem Doggenburg. Egal von wo aus, dass Sie uns gerade zuschauen, vielleicht sind Sie ja gerade in den Skiferien, in den Apreskihütten. Ich verspreche Ihnen schon an dieser Stelle eine wunderbare Sendung. Mein heutiger Promi-Gast ist nämlich ein richtiger Tausend-Sassa. Ein Moderationslegende. Sportpanorama Land auf, Land ab. Am 1. August beim Schweizer Fernsehen hat er über 600 Sendungen moderiert. Aber bis heute ist er immer noch auf der ganzen Welt unterwegs und macht dieses und jenes. Das will ich natürlich mehr wissen. Herzlich willkommen, Beate Antenen. Hoi, Beate. Schön, dass du hier bist. Du bist ja ... So einen Applaus gibt es in der Heimat. Ich glaube, das kann man bei dir fast etwas sagen. Du bist gebürtiger St. Galler. Was bedeutet das Doggenburg? Ja, Doggenburg ist das Kanton St. Gallen. Und für uns von der Stadt St. Gallen aus ein Naherholungsgebiet. Da geht man ins Appenzellerland oder man geht ins Doggenburg. Oder beides miteinander. Im Frühling habe ich schon ab und zu die Skiabfahrt gemacht, also die Tiefschneeabfahrt vom Sentis runter. Hier ist Doggen. Ja. Ja. Ja, du bist ... Beate. Bestes Resultat in der ersten Runde. Es läuft gut, aber das nicht nur beim Jassen, sondern auch beruflich. Ich habe es am Anfang angesprochen. Du hast so viel zu tun im Moment. Verschiedenste Live-Produktionen im In- und Ausland. An was bist du gerade dran oder was kommt als nächstes? Als nächstes ist wieder etwas in Deutschland eine Woche lang, wo wir nach Frankfurt reisen und dort eine Show haben mit Schweizer Künstlern und dort für ein spezielles Publikum, für ein VIP-Publikum, das dort eingeladen ist. Du hast vor allem das Schweizer Fernsehen extrem geprägt. Hier haben wir natürlich ein paar Highlights rausgepickt und schauen noch mal rein. Salve und guten Abend miteinander. Also, von Beate Werf aus ein super gutes 2004. Unvergesslich für uns der Anfang im Mai 1993. Fristerkäse mit sachten Päldern. Ui, adi, ui, adi, ui. Wir möchten ja eine andere, moderne, eine spritzige Sendung machen, sodass es zum Wasser auch passt. Für die Automobilsportfreunde haben wir dieses Rennen heute Nachmittag direkt aus Monza übertragen. Hans Jucker nun zu dieser Weltmeisterschaft auf der traditionellen Rennstrecke in Wohlen. Für ein paar Highlights. Beate Antenen, danke vielmals für diesen wunderbaren Einblick. Ich hoffe, du hast Lust auf eine zweite Jaffe. Auf jeden Fall. Also komm, wir gehen wieder zurück an den Tisch. Und souverän gewonnen hat Beate Antenen mit total zehn Punkten. Beate, das ist er. Unser Jaffe. Das Vokal, herzliche Gratulation. Hättest du das gedacht? Danke vielmals. Ich habe es gehofft, aber wunderbar. Sehr gut. Man muss mit Ziel durchs Leben gehen. Das haben wir heute von dir gelernt. Danke vielmals, bist du dabei gewesen?